Aleppo ist zum Symbol geworden. Für den Bürgerkrieg die gnadenlose Schlacht um die Macht im Land, das tägliche Sterben. Die zweitgrößte Stadt Syriens gilt als entscheidend, wenn es um die Frage geht, wer künftig im Land das Sagen hat. Präsident Bashar al-Assad oder die Opposition. Wobei es die Opposition in Syrien gar nicht gibt, sondern viele einzelne politische Strömungen, die von wenigen liberalen Demokraten bis hin zu ultrakonservativen und brutal islamistischen Kämpfern reichen. Aleppo verkörpert sie alle und ist damit Syrien im Kleinen. Ein ganzer Krieg bündelt sich in einer Stadt. Die ehemalige Wirtschaftsmetropole ist die einzige Stadt in Syrien, die seit Jahren geteilt ist. In den von der Regierung gehaltenen Westen und den von der Opposition kontrollierten Osten. Nach monatelanger Belagerung hat die Regierung jetzt eine Großoffensive gestartet, um die östlichen Stadtviertel zurückzuerobern. Die kämpfenden Oppositionellen verloren dabei fast die Hälfte ihrer Gebiete. Die Truppen von Machthaber Assad rücken immer weiter vor. Für die Aufständischen geht es um alles oder nichts. Denn Aleppo ist die letzte Großstadt Syriens, in der Oppositionelle noch größere Gebiete kontrollieren. Anna Osius, Kairo.